Moin Zockerfreunde, willkommen zu der weiteren Folge 7 days to die und ja weiter geht's. Wir hatten eben zwei Schreierinnen zwischen den Aufnahmen, die sind aber jeweils immer wieder hier schön in den Dingern verreckt. Mochte ich mich gar nicht drum kümmern. Ich habe nämlich ein paar Stunden jetzt verpasst, zwei In-Game Stunden, weil Jan hier... Sag mal, jetzt geh doch mal aus dieser Scheiß. Ja, warte doch mal. 40, 10. Jetzt kannst du. Okay, danke. Wo ist denn das ganze geschmiedete Eisen hin? Jetzt sag nicht, das hast du verballert, Alter. Nein! Ich habe welches jetzt im Inventar, weil ich hier was bauen wollte. Ich brauche 40. Da sind noch genug drin. Was? Da ist gar nichts mehr drin. Na klar, dann guck. Ich habe doch nur die Hälfte rausgenommen. Guck mal in die Kiste. Kiste? Neben der Schwiede. Kiste? Da hat man sich eine Kiste zu suchen. Naja, okay. Naja, wenn es fertig ist, muss es doch nicht mehr da... Mach nämlich jetzt 62 Iron Traps. Mach mal. Du kannst noch mehr bauen. Ich brauche nur 40. Ja, erstmal mache ich die... Und dann mache ich erstmal den Gang hier unten damit voll. Ja, genau. 40. Dann mechanische Teule. Zack, zack. Dann muss ich mir mal meine... Dings holen. 1200 kleine Steine, 900 lehmige Erde. Kann ich nicht. Muss ich hier rum. Dann muss ich gleich mal gucken, wie kriegen wir geschmiedeten Stahl hin. Da bin ich gerade bei. Okay. So, dann geht das... Das geht dann nochmal. Da rein, da rein. Das funktioniert eh nicht blind. Also, dann lasse ich es erstmal so. Geh doch da jetzt hoch. So. Ich bin kurz Steine kloppen. Mach mal. Ich mache jetzt... Den Rest der Nacht mache ich unten in unserem Graben weiter. Ja, eben habe ich das schon gemacht, während du pinkelnd warst, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Das, was du sonst aufmachst. Nix. Jo. Äh, jo, sagt er auch noch. Dann müsste ich dir eigentlich schon wieder mal so richtig eine verpulen. Mitten in die Fräse rein. So. Jetzt hätte ich gesagt, 1600 Steine oder so brauche ich, ne? Ja. Ach, wie schön. Warum nimmt er das immer wieder raus? Wie heißt denn das Ding? Steinblock. Du hast doch mal unter Favoriten, den ganzen... Hab ich gehabt. Entweder habe ich es dämlicherweise wieder rausgenommen. Oder du bist im falschen Genre. Steinplattenblock. Du kannst ja oben auch das Genre aussuchen, das weißt du, ne? Ja, nee. Ich bin im richtigen Genre. Nee, da habe ich bestimmt zwischendurch mal S gedrückt. Glaub ich schon. Oh nee, so viel brauchen wir nicht. Ich mache erstmal nur 200. Zack. Nehme ich das hier rein. Hm. Dann mache ich den Kram hier unten fertig, genau. Wird ja auch langsamer Zeit, dass das Ding fertig wird hier. Wird ja auch langsamer Zeit, das Ding fertig wird hier. So, dann haben wir das. So, wunderbar. Es nimmt Gestalt an, auch hier unten in diesem Ding, in unserer letzten Version, wenn sie uns mal doch überrollen. Das ist gut. Mhm, finde ich auch. Echt? Es war hier alles mal Metall. Oh, Blei-Scheiße hier. Kacke. Ich weiß nicht, was du meinst. Fels. Ich bin unten am Steine kloppen. Ach so. Und hier war eine Metallader. Mhm. Hier nicht. Anscheinend habe ich die jetzt weggekloppt und jetzt sehe ich immer nur noch Blei. Ich verstehe. Okay. Da muss ich auch noch mal längs graben. Dann holen wir die Kollegen doch wieder rüber. So, wie viel Steine habe ich? Eins, drei. Fehlt noch ein bisschen. Und aufpassen, dass ich mich nicht an den Spikes selber wieder verletze. Ich glaube, ich nehme die eh gleich mal weg. Zwei Fähigkeitspunkte nur. Was kostet nur zwei Fähigkeitspunkte? Habe ich nur bekommen. Ach so. Ja. Aber das nächste Fortitude kostet zwei Punkte. Ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen... Berlin. Hm? Greigeschaltet. Thomas Edison. Oh, die Nacht ist schon wieder vorbei. Dann... Gehe ich hier wieder raus. Weil hier mache ich ja immer nur in der Nacht, habe ich gesagt. So. Könnte ich ja erstmal da stehen lassen. Den wollte ich hier wieder mal schon lange wieder reingesetzt haben. Gut. Wollen wir nochmal losziehen? Ja. Geh gleich los. Aber diesmal lasse ich Schaufel und so. Nämlich hier. In dieser dämlichen Kiste. Ich komme jetzt erstmal wieder hoch. Ja. Schaufel. Dann nehme ich den Schraubenschlüssel mit. So. Erst nochmal kurz was essen. Das Charakter ist mir schon wieder am verhungern. So. Mhm. Essen. Okay. Lass da Steine lassen wir hier. Steine lassen wir hier. Ich weiß gar nicht wie du so schnell hier den ganzen Quatsch geregelt bekommst ey. Welchen Quatsch. Ach. Kacke. Ich muss das doch noch skillen. Hab ich auch schon wieder vergessen. Na. Da ist es. Okay. Aber bevor wir losgehen. Du hast noch ein bisschen Zeit. Ich kümmere mich mal einmal um. Ähm. Um unsere Beete. Gut. So. Das heißt der muss da wieder rein. Dann brauche ich den Zementmischer. 25. Zwei Schrauben. Vier. Acht. Zwölf. Sechzehn. Zwanzig. Vierundzwanzig mal drei. Sechzig. Also das ist äh. Zweiundsiebzig. Wenn ich mir das nicht berechnet habe. Das heißt ich kriege von unserem Beet jetzt. Zweiundsiebzig mal Mais. Ich glaube das ist groß genug oder? Für wie lange? Wir wissen ja immer noch nicht wie lange ein so ein Ding braucht. Nein so eine. Ja doch. Zwei Tage. So. Dann brauchen wir jetzt nächstes Schrauben. Wir können ja jetzt nochmal gucken. Jetzt habe ich das ganze Beet abgeholt. Jetzt haben wir Tag 18, 4 Uhr. Ich schreibe das mal eben auf. Das heißt. Vier. Acht geschmiedete Stahl. Acht Kohlebrocken. So. Kartoffelpflanze. Die ist natürlich. Da ist das Beet natürlich noch nicht. Zack. Zack. Hamba, Hamba. Gut. Dann. Jetzt geht es weiter. In die Schmiede. Kommt der Quatsch. Fleisch. Was ich da jetzt auch mal rein. Pilze kriege ich auch schon voll viele, obwohl das Beet noch gar nicht voll ist. Noch mal zehn mechanische Parts und das sind 30, das sind dann 25 Geschmiede. Ist da building. Auch wenn es mal sind. Und wieder ein von den Kaffeestrauch kaputt gemacht. So wieder. Also das mit dem Kaffeeschlauch geht mir richtig auf den Sack. So und dann gucke ich mal, was ich daraus jetzt an Suppen machen kann, wenn ich denn viele Legs hätte hier. Aber ist unglaublich, die FPS-Zahl geht auf unter 50, CPU-Auslastung ist aber bei nicht mal 5%, also es muss am Spiel liegen, ohne Scheiß. Bist du noch da? Ich habe dich so lange nicht gehört. Ja, ich bin noch da. Okay. Ich bin noch ein bisschen am hin und her wurschteln und rechnen hier. Guck mal, da habe ich ja auch noch was. Pilze, Kaffee, Bohnen, Soschkas. So, ich möchte Gemüseeintopf machen. Ich könnte uns jetzt 13 Mal Gemüseeintopf machen. Ich mache uns jetzt mal... 13 Mal Gemüseeintopf? Nee, 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 nee. Ich muss ja noch Kartoffeln und Pilze, muss ich ja noch Samen draus machen. Ach so. Ähm, dann mache ich uns... 8. 8 Mal mache ich das jetzt. So, dann fehlt noch Flämige Erde, glaube ich. Flämige Erde, 900. So. Das rastet hier so aus. Irgendwas ist da draußen. Ashrum Spores. Boah, weiß ich gar nicht, ob ich sieben Stück brauche. Okay, dann gehe ich gleich mal raus mit meinem Kram hier. Zack. So, das ist alles zusammen sortiert. Alter, sind hier gerade viele. Wo kommen die denn her? Wo bist du? Ähm, Base, Richtung... Hab ich schon. Mein Beet. Richtung mein Beet, ja. Du mir auch, Alter. Mein Beet. Ach so. Wo kommen die denn her? Ja. Persönlich eine ganz normale Wanderwelle bestimmt hier. Hör mal die Schnauze da unten. Boah. 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 das tier weiter jetzt dreht gerade alles schon wieder durch discord und mein spiel klar so mushrooms brauche ich jetzt noch mal wie viel samen 12 also ich muss recht sagen es ist irgendwie das frische hallo penge diesen gekochten mais ja du musst zwei essen wir haben ja gesagt wir nehmen die jetzt erstmal und lassen unser beet mal ein bisschen ja ich habe gerade davon so viel gefühlt knochen kommt dahin dann genau mechanische teile nämlich mal 30 mit was ist denn jetzt schon wieder los zu denen brauche ich da nicht wieder mit reingenommen so das pilzbeet ist jetzt auch fertig da kriege ich dann nicht ganz 72 da kriege ich 86 weil da vorne in der ecke fehlt aber gut das ist glaube ich trotzdem noch genug was haben wir hier kaffeesamen da wollte ich noch sechs sieben jetzt kann ich nicht wieder zehn acht mal das haben alles immer wenn man ein anderer zange mit ne man ist etwas hier brauche ich auch noch ein paar mehr hier brauche ich gar keine samen mehr und heidelbeer werden auch zehn wenn ich das richtig sehe so ich habe jetzt der axt abgeschworen der keule der metallkeule bin jetzt im nahkampf auf axt gegangen alter was ist hier los es ist hier gerade alles rot fps zahl betragungs frame rate das ist ganz richtig für den arsch hier bei mir nach rechner ein bisschen warm oder eigentlich fast gar nicht doch nach der müssen wir mal kurz nach der runde nach der aufnahme ist immer kurz gucken ich muss mal sehen dass ich den gekühlt kriegt den kollegen jetzt müsste ich alles haben um die beete zu kompletieren fern ist bei diesem ruckel fest überhaupt möglich ist das habe ich alles glasche triff ist wasser dahin noch mal was trinken ich habe jetzt nur noch stoff herzen im inventar hat ich jetzt irgendwo hin prügel und dann bin ich fertig wir können ab abdackeln habe ich mich verzählt abdackeln brauchen wir jetzt nicht nicht bei bei so wie das gerade das spiel gerade läuft hier wir können jetzt sagen wir brechen das ab und und ich schneide einfach zehn minuten noch mal dran an die nächste folge das könnten wir machen kannst du sonst oder versuch einfach mal ich weiß ja nicht ob du in dein system reinkommst dass du die lüfter einmal schnell hoch schraubst ich weiß nicht was deine betriebstemperatur gerade sagt ich habe eigentlich was ganz anderes vorgleich das ist kartoffeln ich pflanze noch mal eben das sind ja noch zehn minuten das sollte klappen leid liebe leute das ist jetzt so ein ruckel fest hier gerade ist dann nutzen wir das halt zum pflanzen ich weiß aber nicht warum ich auch nicht ich habe gerade gar keine ahnung das ist ja noch schlimmer als gestern und heute ist es hier wir hatten jetzt ja mal eine nacht wo das spielst du gut aus wir hatten ja jetzt eine nacht wo wir im endeffekt wo es mal alles runtergekühlt ist ich hatte hier auf durchzug also es ist nicht so dass hier wieder gefühlte tausend grad in dem zimmer sind weißt du was ich meine naja aber trotzdem du leckst irgendwie trotz dessen ja das glaube ich sieht ja gar nicht wie von menschenhand errichtet aus hier dein wald ich sehe auch gerade mein obs sagt die kodierung ist überlastet also muss ich da in den einstellungen gleich mal was tun ich höre gar nichts mehr ok jan hört gar nichts mehr ich breche die aufnahme ab und dann machen wir danach weiter ich habe ping von über 100 so jetzt kommen noch mal 10 minuten ran ich musste ein bisschen was ändern in meinen einstellungen der kodierer war überlastet und weiß der geier ich hoffe das spiel läuft jetzt ein bisschen besser wir uns ist aber eben noch mal aufgefallen hier stehen ja auch so viele bäume vielleicht sind die das auch warum das spiel manchmal so leckt so viel weil da muss ja echt viel vor gerendert werden und so und deswegen werden wir jetzt mal irgendwie versuchen demnächst schnell abzuholzen und die einfach hinter diesen berg da hinten zu pflanzen damit hier bei uns bei unserer base wo ja eh schon viel ist was vor gerendert werden muss mit mauern und so vielleicht hilft das versuch macht klug sagt man ja so schön oder wie oder was so und ich hoffe es ist nicht schlimm ich hab ich bin ehrlich auch noch auf ich habe es versucht auf 60 frames aufzunehmen will er nicht dann dreht er sofort ab geht sofort wieder alles in roten bereich zwar nicht der kodierer aber die fps zahl und so und dann fängt es natürlich in der aufnahme und jetzt bei 30 ist er aber konstant das bleibt so und mal ganz ehrlich das hier ist auch kein schneller shooter das heißt es sollte auf 30 eigentlich genügen so was wollte ich tun ich weiß es gar nicht mehr ich wollte noch mal wegen dem essen gucken auf jeden fall das was wir haben an maiskolben könnten wir könnten noch ein bisschen was verkochen aber ganz ehrlich drauf geschissen drauf geschissen man nizzle ich könnte uns noch jeden fünf kaffee machen aber kaffee willst du ja immer gar nicht ne das kommt drauf an jetzt wo ich hier den ganzen bald abrode dann schon mal doch irgendwie dann schon mal doch ja ja gut dann koche ich welchen wir haben ja wasser haben wir ja genug so zack wieder falschen knopf gedrückt zack gut dann nehme ich mir schon mal viermal gemüse eintopf raus die letzten anderen vier lasse ich für dich dann koche ich jetzt noch kaffee freudig am holz hacken ein viertel level noch dann können wir endlich geschmiedetes eisen geschmiedeten stahl geschmiedeter stahl geschmiedeter stahl mhm und dann geht es auch wieder weiter voran da siehst du die handschuhe jetzt wo ich sie gerade nochmal sehe du hast ja gesagt da sind noch handschuhe für mich ne ja ne falsch da muss ich hin habe ich noch handschuhe an ja pflanzenfaserhandschuhe wie geht wer will denn sowas da habe ich vorhin aber auch erstmal das ganze die kiste von uns auseinander genommen und einfach mal geguckt was wir denn noch so haben habe ich mir erstmal komplettes equip zusammengesucht zudem fresse ich auch nicht mehr ganz so viel schaden ist ganz angenehm irgendwas kloppt doch schon wieder auf uns ein da ne weiß ich nicht ich höre ich nicht ich bin hier hinten in diesem kleinen wald ja doch irgendwas kloppt gegen die mauer oder oder ich gegen bäume ich weiß nicht ob du das hörst ne ah hier an der holzmauer er macht gerade unsere holzmauer ach ja die kann ich auch mal fertig machen ne bis jetzt ist ja nur hinten noch einer jetzt höre ich nichts mehr gucke ich mal wie weit unsere eisenspikes sind 52 sind schon fertig fünf minuten noch aber ich nehme die 52 schon mal ja und mach mal unten den gang wieder voll ne ich dachte so das ist ja genau das erste was ich mache damit sie uns nicht nochmal überraschen wie beim letzten mal warum habe ich keine hammer ich muss erstmal nochmal hoch hoch ah gucke mal da kann man das sehen gucke mal zombie kills spieler kills tode zurückgelegte kilometer gegenstände gefertigt 7200 nice längstes leben drei stunden nicht so nice nee nicht wirklich lächerlich na komm ich bin 45 mal gestorben stand jetzt läuft doch nicht so ganz ich habe sogar ja stimmt ich habe dieses holz was denkst du mit drin ich habe kein verdichtheitspunkt zerkloppen uns zerkloppen uns echt grad die seitenmauer ne egal egal to craft forged steel will ich haben ich hole mir nochmal geschmiedetes eisen juhu wir haben gleich geschmiedeten stahl also wenn man mal denkt dass das so eine alte gammelige kack holzhütte war ne die lassen wir erstmal drin was wollte ich denn überhaupt ich wollte eisen haben so dann das dauert bei dir da auch noch zwei minuten ok ja und unsere hütte ist schon das schon geil geworden jetzt hier weil von außen wie du schon sagt sieht man nicht dass es eine mal eine holzhütte war aber von innen noch fertig so meine frage ist kann ich deine fünf eisen dinger da kurz abbrechen oder egal weil das dauert dann nochmal neun minuten nee zehn minuten dauert das ungefähr ok respekt zehn minuten ist die werkbahn gleich besetzt aber ist ja nur einmalig dann ist das so gemüse eintopf für jeden war das zweimal ne kaffee war fünfmal so wie ich das jetzt verstanden habe ja kommt hin ich glaube elf mal kaffee habe ich gemacht und ich habe noch welche im inventar also du kannst mehr nehmen äh gleichberechtigung ich habe meinen kaffee in der mine unten ja komplett verballert ja das sieht so übel aus ne das sieht echt ein bisschen übel aus wenn wir jetzt noch demnächst irgendwie einen generator haben und noch andere sachen machen können dann wird das richtig witzig so ja very nice und pass auf die kommt von unten ja eh hoch genau ich wollte gerade sagen erstmal mache ich hier noch welche hin da wo sie immer durch können also wo wir vielleicht wegnehmen wo sie durch wollen wo sie durch wollen da packe ich nochmal welche hin dass wenn wir die dinger wegnehmen dass sie da unten reinfallen ja so und komischerweise wollen sie auch immer ganz oft hier an die wand auch da mache ich jetzt erstmal was vor ja war das ein bisschen im auge wieviel du noch hast ne uff wenn sie leer sind sind sie leer na gut ich dachte du hast noch ein zwei wichtige Punkte wo du sagst da müssen noch welche hin naja wir machen ja noch ein paar ne ja die hier oben zum Beispiel kann ich jetzt alle upgraden oder ich mache halt noch welche ist jetzt die frage ich glaube die lassen wir erstmal auf Holz wir lassen die erstmal auf Holz und ich stelle noch ein paar her so machen wir das besser ist das und am besten lasse ich auch immer so also so hundert von dem Eisen sollten wir vielleicht auch immer irgendwie irgendwo liegen lassen damit wir am Ende auch vielleicht nochmal reparieren können oder auch während des Blutmonds vielleicht immer nochmal falls wir hinter einer Tür stehen wo sie durch wollen immer wieder die Tür reparieren können oder irgendwie so ok ist gerade auch gar kein beschmiedetes Eisen am machen her ja der macht kein geschmiedetes Eisen oh alter wir können in unser Schmiede 734 geschmiedetes Eisen machen das geht über eine Stunde fertigen ja so nächster Step zweite Schmiede ja auf jeden Fall und dann habe ich hier noch ok ok das dauert 8 Minuten ja aber du denkst daran dass wir für geschmiedeten Stahl auch noch so einen Scheiß brauchen ja gut dann dass du jetzt nicht alles verballerst ja ok ok nachher stehen wir da wie die Vollidioten kacke ganzen Stahl wieder einschmelzen ok ne dann packe ich die die ich jetzt habe noch im Inventar die 159 packe ich erstmal wieder in die Kiste dass wir was in der Hinterhand haben du kannst naja Quatsch 200 kannst du ja fertigen passiert ja nichts ist ja nichts los wieso was brauchen wir für geschmiedeten Stahl ich denke auch Eisen und was auch immer aber das ist ja in der Werkbank am machen da diese Gussform weißt du ja so da geschmiedeter Stahl braucht ach ja noch richtiges Eisen und Clay ja gut dann mache ich nicht so viel wie ich eigentlich machen wollte haben wir denn noch Clay da drin oder müssen wir da auch mal wieder ein bisschen was einschmelzen ja ne also 3000 ähm ist da noch drin aber ich kann da ich schmeiße alleine mal was rein an Clay ich schmeiße so ein 6000er Stahl rein so ähm dann mache ich uns nur was war das jetzt geschmiedetes geschmiedetes Eisen das mache ich auch mal als Dings und davon mache ich jetzt 500 Stück ja das hat ja gut funktioniert irgendwie will er das nicht ach wenn du aus der Ausdauer einmal richtig raus kommst also wenn du die einmal richtig in Keller schiebt dann brauchst du essen ohne Ende ok zumindest gefühl gerade ja das ist ja auch nervig konnte hier eben irgendwie nicht eingeben dass ich 500 will jetzt muss ich das per hand hier dick 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 button meshing Wieso? Rechtsklick, kannst du es halbieren? Nee, nicht in der Schmiede, oder? Das ist ja das, was ich anfertigen will. Wieso kannst du das nicht eingeben? Weil er das eben nicht gemacht hat, Mensch. Woher soll ich das wissen? Das Scheißding wollte mir das nicht eingeben lassen. Ich hätte am liebsten schon wieder die Tastatur genommen und hätte sie gerade durchs Fenster geschwissen. Ein dümmst anzunehmender User. Ja, auch das kann sein. Okay, wir haben die 10 Minuten, die wir eigentlich ans Video ransetzen wollen, auch schon wieder überschritten. Sehr schön. Deswegen würde ich sagen, geht es weiter? In der nächsten Folge. Im Moment ist alles gut hier. Er nimmt Schillig auf. Also greift ich das erstmal mit Holzacken hier? Bis jetzt ist alles gut, ja. Gut, sehr schön. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis denn, Antenne. So, Zockerfreunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch mal bitte ein Like da und empfiehlt mich doch einfach mal weiter. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis denn dann. Bis denn dann. YT Untertitelung des ZDF, 2020